Google Music – jederzeit Zugriff auf Ihre Musiksammlung Google Music ist die neue Online-Streaming-Plattform von Google, welche zurzeit noch in einer Beta-Version verfügbar ist. Sie erreichen den Service über die Adresse music.google.com. Die Plattform erlaubt das direkte Streamen von Musik auf PCs, Tablets oder Smartphones. Als User kann man seine eigene Musiksammlung hochladen und hat somit immer und überall, wo ein Internetzugang vorhanden ist, Zugriff auf sein eigenes Songarchiv. Die Google Music Webseite ist übersichtlich gehalten. Auf der rechten Seite finden Sie eine Navigation, in der Mitte den Content und die integrierte Suche ermöglicht das schnelle Auffinden von Musikstücken. Lassen Sie sich beispielsweise alle Songs in Ihrer Bibliothek anzeigen. Auch die Artists werden schön übersichtlich mit Coverbildern präsentiert und die Musiksammlung lässt sich ebenfalls nach Album oder Genre sortiert anzeigen. Unter dem Eintrag Thumbs Up finden Sie alle Songs, die Sie positiv bewertet haben. Bewertungen können Sie im Menüpunkt Songs mit den Daumensymbolen erstellen. Im Menü Recently Added finden Sie alle kürzlich hinzugefügten Musiktitel. Google Music bietet auch eine Reihe kostenloser Songs von bekannten Künstlern an. Diese finden Sie unter Free Songs. Möchten Sie eine zufällige Musikzusammenstellung erstellen, wählen Sie einen Song aus und erstellen Sie anschließend mit dem Plus-Symbol neben Instant Mixes eine Zusammenstellung von 25 Songs, die ähnliche Meta-Tag-Informationen aufweisen. Neue Playlisten lassen sich über das Plus-Symbol neben Playlists erstellen. Geben Sie optional einen Namen für die Playlist ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Neue Songs können Sie nun aus Ihrer Bibliothek per Drag & Drop in die Playlist einfügen. Wollen Sie Musik von Ihrem Computer in die Online-Bibliothek von Google Music einfügen, wählen Sie Add Music und laden Sie den Music Manager auf Ihren Computer herunter. Wählen Sie aus, von welcher Quelle Sie die Musik auf Ihren Google Music Account übertragen wollen. Im Reiter Advanced können Sie Einstellungen wie die Aktualisierungshäufigkeit der Online-Datenbank vornehmen. Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden, bestätigen Sie mit OK. Für Google Music ist auch ein Android-App erhältlich. Über den Link Get Android App werden Sie direkt zum Android-Market weitergeleitet. Mit der Schaltfläche Installieren können Sie die Anwendung an Ihr Android-Smartphone senden. Mit Google Music haben Sie so immer und überall Zugriff auf Ihre Musiksammlung. Völlig kostenlos. Völlig kostenlos. Völlig kostenlos. Völlig kostenlos.